Kreuzen Jörgat, was machst du denn? Und? Habt ihr und Otto schon einen Namen? Die schrägen Sex? Das dreckige halbe Dutzend? Ehrt ihn hier! Wir ermordeten Spider-Man und machten einen Bell-Kollegen aus ihm Sex! Jörgat, bitte! Du machst dich lächerlich! Gah! Hol mich hier raus! Weg der Gargant! Angriff, Lutgottel! Angriff! Komm runter und hilf, Durak! Jungs, bitte! Von mir ist genug für alle da! Rhyno kommt aus seinem Anzug raus! Rhyno kommt aus seinem Anzug raus! Was hat Octavius dir versprochen, Scorpion? Ich würde Spiderman auch gerne bestellen. Das Geld ist ein Bonus. Wenn wir wegen dir scheitern, Gargan, siehst du, wie schmerzhaft der Anzug ist. Versuch's, rote Gefahr. Vielleicht zieh ich dich auch selber aus dem Anzug. Verwärmlich, Gargan. Ich zerquetsche das Insekt selbst. Ich rühre trotzdem mal ein bisschen Energie hier. Wir könnten einfach aufhören. Ich werde es auch keinem sagen. Du deinen Schädel heil lassen? Wo bleibt denn der Spaß? Komm her, Paul. Ich zeig dir, wie man richtig zuschlägt. Mein Unterkiefer hat das schon mitbekommen. Danke. Hattest du nicht einen Poesiekurs im Raft belegt als Therapiemaßnahme? Ja, mein neues ist gewirkt. Eine Spineka. Wir setzen uns hin, dann zerren wir alles. Jetzt ist der Kaffee. Ach, verdammt. Man, den da hinzukriegen, wo wir den hin haben, ist gar nicht so einfach. So gern ich dich mag, Skorpje, man unterbrust andere nicht einfach. Was hättest du denn ohne mich getan? Gefällt es, dass er aufgibt? Ja, Gargan, genau das wäre mein Plan gewesen. Oh, wie ein altes Ehepaar, ihr beiden. Gargan, was machst du denn? Gargan, bitte. Du machst dich lächerlich. Gargan, bitte. Du machst dich lächerlich. Ach, verdammt. Das wäre das Falsche. Ach, verdammt, das wäre das Falsche. Ist das Falsche? Wie ist das Falsche? Es gibt wirklich alles, Halt zu bringen. Es nimmt sich viel zuhause und blicken. Ist das Falsche? Geld? Gargan hat keine Prinzipien. Er kämpft für Geld. Ich würde Spider-Man auch gratis töten. Das Geld ist ein Bonus. Wenn wir wegen dir scheitern, Gargan, siehst du, wie schmerzhaft der Anzug ist. Versuchsrote Gefahr. Vielleicht ziehe ich dich auch selber aus dem Anzug. Stück für Stück. Langsam glaube ich, ihr braucht mich gar nicht. Bekommt ihr beiden das alleine? Ach komm, der hat doch so eine spezielle Attacke gerade gemacht. So gern ich dich mag, Skorpion, man unterbricht andere nicht einfach. Was hättest du denn ohne mich getan? Gewettelt, dass er aufgibt? Ja, Gargan, genau das wäre mein Plan gewesen. Oh, wie ein altes Ehepaar, ihr beiden. Was ist denn ein anderer Skorpion denn jetzt gerade? Da ist er. Habt ihr und Otto schon einen Namen? Die schrägen sechs? Das dreckige halbe Dutzend? Er, die. Wir ermordeten Spiderman und machten einen Wettkollinger aus ihm sechs. Gargan, bitte. Du machst dich lächerlich. Hol mich hier weg, da Gargan. Genau. Angriff! Angriff! Warte! Angriff! Komm runter und hilf, Durack! Jungs, bitte! Vermiss genug für alle da! Wo ist denn Skorpion jetzt? Ein weniger habe ich schon mal viel gewonnen. Boah, wo ist der denn? Ich würde Spider-Man auch gratis töten. Das Geld ist ein Bonus. Wieder gefangen, Gargan. Verwärmlich. Verwärmlich, Gargan. Ich zerquetsche das Insekt selbst. Wir könnten einfach aufhören. Ich werde es auch keinem sagen. Und einen Schädel heil lassen? Wo bleibt da der Spaß? Komm her, Pau. Ich zeig dir, wie man richtig zuschlägt. Mein Unterkiefer hat das schon mitbekommen. Danke. Hattest du nicht einen Poesie-Kurs im Reft belegt? Als Therapie-Maßnahme? Ja, ein neueses Gedicht. Eine Spine kam. Wir setzten uns hin. Dann zermalte ich den Winsding. Entzückend. Jawohl, ja. Ja. Weißt du, was Octavius macht, wenn er von deinem Versagen hört? Versagt? Ich? Ja, du, du Freak-Show. Geh, du, 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 du. Um das blöde Ort herauszunehmen. Geh nach da. Noch da. Wir sind nicht im Kopf. Das ist offiziell geschehen. Okay, das ist creepy. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Nur noch ein paar Sekunden und dann haben wir es geschafft. Dann haben wir hier genug Ärger gemacht. Oh oh! Jawoll! Da bist du verjagt. Nix mit Geisterjäger, der Geist gewinnt. All wrapped up and ready to trap. Tether's broken. Ghost got away. Was that? That's gonna hurt tomorrow. Watch yourself. Everybody run! Ghost over there! Stream incoming! On my way! We just lost a civilian! Big Rift, right over there. Big Rift, stand back! Incoming! Gotta cool my proton. Back down! Oh, dann haben wir gar keinen Rift mehr. Nothing to see here. Just your standard ectoplasmic ectoplasmic. Sooo. What are the problems inside my Geister family? I'm sure I stunned you. Down! Down! Guess it wasn't in there. Down! I found him! It's strong! I'm about to overheat! I'm about to overheat! I'm getting up! Should've vented the pack. It's here! The ghosts are taking over the place. Get things... Let's start... Oh my God! Oh! Oh my God... It's so rough! It's over here! Oh, der Geist noch gefangen. So, entweder ich bin jetzt noch einmal Geist oder ich mache jetzt Feierabend. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Tourenbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Im Anfang, vieles, vieles, vielesganau. Musik Vielen Dank.